Neulich hatte ich eine Unterhaltung mit meinem Manager Es ging um mich und Musik und dass ich nicht mehr weiß Ob die Menschen in dieser schweren Zeit überhaupt noch bereit sind Sich mit meinen kranken Gedanken zu befassen Vielleicht sollte ich es lassen und was Nützliches tun Doch er sagte nun, aber stopp, du unterschätzt Das Bedürfnis der Leute nach Pop Wann, wenn nicht jetzt, musst du sie mit deinen Worten begeistern? Eine erbauliche Melodie, die ihnen hilft Einen Tag nach dem anderen zu meistern Na, wenn das so ist, ja, das ist Wir werden alle sterben